Hi zusammen, wir sind Dan und Jule und wir stellen euch heute den Baerbock Country Parcours Moorhof im Schnalztal vor. Jule schießt heute einen Pendalon Hopi Bogen und benutzt dazu Pendalon Slimline Pfeile. Dan schießt den Pendalon Creed mit Slimline Timberpfeilen. Wie immer könnt ihr bei jedem Baerbock Country euer Tagesticket online unter www.baerbock-products.com erwerben oder hier direkt vor Ort kaufen. Der Parcours Besitzer Valentin Müller steht euch vor Ort gerne mit Rat und Tat zur Seite. Was mir besonders gut gefallen hat ist, dass die Natur weitestgehend unberührt ist. Man läuft über die Weide der Kühe und kann einen tollen Blick in die Natur genießen. Das kennen wir alle, Pfeile suchen. Hier noch in besonderer Gesellschaft und vor allem mit einem tollen Blick ins Tal. Bis zum nächsten Mal. 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 Ein Highlight für mich war der 20 Meter Schuss auf den Geier und der damit verbundene steile Aufstieg zum nächsten Ziel. Das Schöne hier auf dem Parcours ist, dass wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Egal ob kleine oder große Ziele, weite oder nahe Distanzen, es ist wirklich für jeden was dabei. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht auf dem Parcours Mohrhoff. Die Ziele sind abmechslungsreich, der Parcours ist sehr gepflegt und fügt sich perfekt in die Natur ein. PS, ganz wichtig für euch, denkt an festes Schuhwerk. Viel Spaß, lasst die Pfeile fliegen, euer Dan und eure Jule. .